Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Samstag, 16. März, 5.14 Uhr, da wir gestern Live-Auftritt hatten. Es gibt ja die Wochenende-Orakel jetzt immer um 8 Uhr und wir haben heute mit dabei. Doreen Virtue, Engel begleiten deinen Weg. Sehr, sehr schönes Deck und wir haben dabei Doreen Virtue, das Engel-Orakel für jeden Tag. Es ist 5.14 Uhr jetzt für mich, für dich 8 Uhr. Wenn du Tickets haben möchtest für Hamburg oder Stuttgart, dann klick doch einfach hier oben drauf. Gestern war es in Darmstadt, war sehr, sehr schön und jetzt widmen wir uns dem Orakel. Du hast es gesehen, für das Tagesorakel gönne ich mir auch den Morgenstund am Samstagmorgen und nach dem Schnelldurchlauf geht's los. So, liebe Seele, das sieht sehr, sehr spannend aus. Was uns da heute erwarten kann, Geldfluss aktiviert, aber wir haben ja auch die Überemotionalität ein bisschen liegen heute. Schauen wir doch mal rein, was die ersten Impulskarten verraten. Es wird sehr männlich geprägt sein heute, das wird spannend. Der Ozean liegt als erstes da. Das ist auch sehr interessant. Also, es geht ins Mysterium heute. Man merkt es schon. Der tiefe Blaue, das tiefe Blaue Meer spricht zu deiner Seele. Halt und beschäftigt dich, selbst dein freudiger Gedanke in seine heilende, ja, Fluten entzufachen. Wird zu einer wundervollen und zu bemerkenswerten Resultaten führen. Noch besser ist es, wenn du dich der Physischen in der Nähe des Ozeans aufhältst. Erlaube seiner Macht und Schönheit, alle Sorgen und Ängste wegzuwaschen. Hier haben wir einen sehr wichtigen Impuls, der für dich heute gegeben ist, weil wir haben den Fluss des Lebens bei dir, den Fluss der Emotionen und man merkt auch eindeutig, dass du in deinem Bewusstsein viel, viel weiter bist. Man merkt, dass du heute nicht nur beginnst, für dich zu handeln, sondern auch für dich zu entscheiden. Und Entscheidungen haben nicht unbedingt irgendwas mit Geld zu tun heute, sondern Entscheidungen, was du tust. Ob du spazieren gehst, ob du einfach mal liegen bleibst auch am Morgen. Du wirst merken, dass du heute einfach anders handelst als sonst. Und das bedeutet auch, so deinen wahren Emotionen nahe zu kommen. Denn wenn du was gelernt hast im Alltag, dann ist es deine Emotionen und deine Bedürfnisse wirklich zu kompensieren. Heute bist du aber mehr im Flow mit deinem Selbst und beginnst auch, für dein Selbst da zu sein. Nicht einzustehen, sondern da zu sein. Und das ergibt dann eben diesen emotionalen Reibepunkt. Dinge, die lang nicht gesehen wurden, ziehen jetzt an dir und du bemerkst es erst. Und du wirst aber auch spüren, dass die Thematik sehr, sehr gut verlaufen wird in Form von Handelskraft. Der Ozean gibt dir also die Befähigung, Ängste und Sorgen wegzuwaschen, weil du dir ehrlich auch zusprichst, dass du sowas hast. Weil du auch ehrlich verstehst, dass es anders gar nicht mehr geht. Und weil du nicht mehr möchtest, dass andere Menschen dein Leben lenken. Und dein Leben lenken nicht in Form von politischen Entscheidungen, sondern dass du immer den Erwartungen anderer entsprechen musst. Das ist schon mal sehr emotional, würde ich sagen. Da haben wir Ray auch mit dabei. Yoga und körperliche Betätigung sind zur Zeit unerlässlich für dein Wohlbefinden, deinen inneren Frieden und dein spirituelles Wachstum. Und da bekommt man es ja schon mal gleich gespiegelt. Im Flow darfst du beginnen, für dich erstmal einen Ausgleich zu finden, mehr Achtsamkeit so gesehen für deinen Alltag zu haben und dich selbst dabei in der Mitte zu halten. Und du kommst heute in deine Mitte, du kommst heute in deine Ruhe. Du wirst heute diesen großen Sprung machen, um für dich voranzukommen. Auch wenn es in erster Linie nicht danach aussieht. Es ist wichtig, vor allem ältere Entscheidungen jetzt nicht zu diskreditieren. Es ist gut, dass du mal Fehlentscheidungen gemacht hast und es ist auch gut, dass du das siehst, dass es Fehlentscheidungen waren, aber dich dafür zu geiseln, das ist einfach übertrieben. Und das bedeutet auch hier, und das siehst du, einen Loslassprozess, der hier stattfindet. Yoga und körperliche Betätigung, aber wie auch Meditation, sind wahrscheinlich heute der Ausgleich dafür, nicht zu streng zu dir zu sein. Also denk mal darüber nach, was du dann für dich tust. Auch hier wieder die freie Entscheidungswahl. Ja und dann gehen wir schon zur Hochzeit oder zur Hochzeit, wie auch immer man das sehen möchte. Eine Hochzeit ist eine Verbindung zweier Seelen, die sich in Liebe gegenseitigen Respekt und Hingabe vereinen. Sie zeigt den Wunsch an, um im Laufe der Zeit die Liebe zu vertiefen. Dein Hochzeitstag ist ein Zeugnis für dein Wohlbefinden und dein Wohlgrößen, dein Glauben an die Macht der Liebe. Achte darauf, diesen Glauben und die Liebe allzeit lebendig zu erhalten, geliebtes Wesen. Ja, die Engel zeigen dir hier auf, dass die Liebe eventuell immer wachsen darf, so wie du heute spirituell wachsen darfst. Deswegen ist es auch ein großer Tag der Selbstliebe. Da kommen wir wahrscheinlich noch drauf. Die Emotionen liegen hier einfach offen. Und wenn Emotionen offen liegen, können Menschen auch damit spielen. Aber der große Sinn hinter Liebe ist ja nicht, dass man mit den Emotionen spielt, sondern dass man sie schätzt, ehrt und wohl behütet. Ja, es ist aber gut, weil mit der Hochzeit kommt auch eine langfristige Entscheidung in dein Gefühlsleben. Das heißt, eine Partnerschaft wird jetzt wieder tiefer, vor allem die Kommunikation wird wieder viel mehr auf Augenhöhe stattfinden. Bist du Single, wirst du heute den Impuls haben, jemanden kennenzulernen. Also natürlich sitzt du jetzt nicht auf der Couch, gehst raus und sagst, ich lerne heute jemanden kennen, sondern du gehst mit einem wundervollen Gefühl raus, somit mit viel mehr Charisma und wirst auch jemanden kennenlernen. Und wenn du gerade in so einer Kennenlernphase bist, dann wird heute das erste oder besser gesagt, ja, das erste Feld der Emotionen geöffnet, in der Positivität. Ja, also auch hier der Flow, der sehr, sehr schön mitgeht, die innere Ruhe, die da unbedingt auch mitspielen muss, gibt die Kraft, hier Klarheit zu bekommen. Gerade auch in Partnerschaften. Ja, und da haben wir Azur. Oh, hatten wir schon lange nicht mehr. Sehr, sehr, sehr schön. Das von dir gewünschte Ergebnis wird sich in Kürze einstellen. Hab Geduld und Vertraue. Versuche nichts zu erzwingen. Nicht erzwingen. Nicht mit den Emotionen spielen. Ich kann nur so viel erhalten, wie ich auch bereit bin anzunehmen. Ja, das ist so der tiefe Sinn dahinter. Und genau das ist das, was im Flow jetzt dann auch geschieht. Weil in meiner Hochzeit, wenn es mir gut geht, kann ja, können viele Menschen um mich herum sein. Ja, Partnerschaften werden gut laufen in guten Zeiten. Freundschaften werden gut laufen in guten Zeiten. Ja, und auch in der Kollegialschaft oder in der Familie werden vor allem in der guten Zeit, ja, alles gut laufen. Aber wie ist es denn, wenn etwas mal besinnlicher wird, negativer? Wenn du Probleme hast und dann beginnt sich die Spreu vom Weizen zu trennen und du wirst merken, wer gehört wirklich zu dir. Du wirst jetzt heute nicht diesen negativen Tag haben. Du bist ja viel mehr bei dir, aber du bekommst es heute mit in deinem Gespür, wer passt zu dir und wer nicht. Ganz ohne Problemorientiertheit. Und das ist natürlich sehr, sehr schön. Auch deine Ziele, die du dir gesetzt hast, dafür wirst du heute nochmal die nötigen Impulse bekommen. Es ist also ein Tag, wo man sagen muss, yes, I can. Weil du genau weißt, alles, was du dir ersehnst, kommt wirklich tief aus dem Herzen. Und hier haben wir sie nur die Liebe und das ist natürlich wundervoll. Richte deinen Blick jenseits scheinbarer Irrtümer, Fehler und Missverständnisse und siehe nur die Liebe in jedem Menschen einschließlich dir selbst. Dein unerschütterlicher Fokus auf die Liebe, die jeder Situation zugrunde liegt, bringt Heilung auf eine Weise, die du dir nie erträumt hättest. Und diese Heilung, die hier gemeint ist, ist eben dein emotionales Gefüge. Und darum wird es heute gehen. Es geht heute nicht darum, dass du deiner besten Freundin hilfst, dass du deiner Mutter Unterstützung gibst, dass du deinem Partner zuhörst, sondern heute stehst du im Mittelpunkt. Und du darfst dich auch mal wirklich fragen, weshalb du das nicht öfter tust. Deine Bedürfnisse stillen, dich selbst mehr hochzuleben. Sieh nur die Liebe, zeigt aber auch an, die Menschen, die es wirklich ernst mit dir meinen, haben auch die Liebe verdient, auch wenn sie nicht den Fokus heute für dich haben können. Denk nämlich daran, dein Ziel wird in Kürze erreicht sein, dein Ergebnis wird positiv sein und du gehst raus aus der Manipulation und rein in den Flow deines Lebens. Ja, Seraphina haben wir da noch. Ich bin der Engel der Familien. In deiner Familie wird sich eine erfreuliche Veränderung ereignen oder Zuwachs einstellen. Auch hier, ja, das Familienkonstrukt, haben wir ja gesagt, in guten Zeiten läuft alles gut, in schlechten Zeiten. Ja, schauen wir mal. Und heute gibt es einfach so einen Tag, der die Familie verbindet, ohne die Familie zu verbinden. Also man merkt einfach die Verbundenheit. Man merkt, es ist mehr für dich da. Es ist mehr Wertschätzung im, ja, kollektiv da. Und somit löst sich natürlich auch ein großes Traumata oder viele Traumata aus dem inneren Kind, die sich dann heute nochmal ganz bewusst zeigen. Das ist sehr, sehr spannend, weil man natürlich, ja, dann auch emotional befangen ist. So der Ozean, der Flow mit der Reise geht in deinen loyalen Weg. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Es zeigt Beständigkeit an und es zeigt auch an, dass hier dann Menschen in deinem Leben kommen, auf die du zählen kannst. Manipulation zur Mitte, da kommt Fortschritt hinein. Man merkt, dass auf jeden Fall, ja, Fremdlenkung nicht mehr anerkannt wird und du mehr bei dir bleibst. So in der Offenheit. Sieh nur die Liebe. Was haben wir denn da? Ja, die Heilung. Super. Geh offen ins Gespräch. Merke, wenn du dich ein bisschen vernachlässigt fühlst. Nutz deine Stimme dadurch. Du musst dich nicht groß für dich einsetzen, aber du kannst gerne auch mal was sagen, wenn dich was stört. Die Entscheidungen zur Familie hin haben heute sehr viel mit Geschäftlichen zu tun. Vielleicht redest du auch mal offen über deine Arbeit oder du suchst das Interesse, weil du weißt, Familie muss eine Institution sein und zusammenhalten. Sehr, sehr schön. Und der Flow, der Flow wird seine Weisheit bekommen und sieht im Fuchs heute, dass sein Lernthema beendet ist. Und das ist gut, weil somit kommst du in deine Stärke und bist morgen wieder hoffentlich mit dabei. Lass dein Like, Kommentar und Abo da. Wir sehen uns morgen wieder.